Ich bin Master Teams, bin 20 Jahre alt, mache bei Rückhand Aurecht meine Ausbildung zum Milchtechnologen. Mein Name ist Frau Ullmann, ich habe vor kurzem die dreijährige Berufsausbildung zur Milchwirtschaftlichen Laborantin bei der Molkerei Rücker abgeschlossen. Ich bin Hendrik Jürgens, bin im zweiten Lehrjahr als Elektroniker für Betriebstechnik, auch bei der Rücker GmbH. Ich heiße Christoph Bormer, ich lerne bei der Rücker GmbH Elektroniker für Betriebstechnik und bin im dritten Lehrjahr. Ich bin hier am Programmieren. Ich bin Jana Goldenstein-Friese, 19 Jahre alt und mache bei der Molkerei Rücker GmbH eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik. Ich bin Miriam Franke, seit zwei Jahren Informatikkaufmann bei der Molkerei Rücker. Mein Name ist Kerstin Lefries, ich mache die Ausbildung zur Industriekauffrau, bin jetzt im dritten Lehrjahr bei der Molkerei Rücker. Hallo, ich bin Niklas Van Ott, ich mache meine Ausbildung hier bei der Firma Rücker zum Industriemechaniker. Mein Name ist Jens Harten, ich bin Auszubildender für Anderen im Architektur am Seitenleer bei der Firma Rücker. Rücker macht mehr aus der Milch. Macht alles!